hallo und herzlich willkommen auf meinem netten gaming kanal wir starten hier mit minecraft hinein und sind hier gespawnt also das ist unsere neue wie soll ich sagen neue welt hier und ja leute wir werden hier viel spaß haben zusammen bei minecraft ich muss ein bisschen die seite sitzposition noch einstellen ich weiß nicht wie ich da jetzt sitze ja man soll ja nicht rückenschmerzen bekommen werden aufnehmen und deswegen wollen wir nach rein starten hier ohne rückenschmerzen ich dachte jetzt ist da jemand hinter mir und wir haben gleich beim spawnpunkt eigentlich gleich eine stadt gefunden da werden wir gleich die stadt erkunden also besser kann es nicht laufen für den anfang wir haben eine stadt gefunden die werden wir uns natürlich auch merken hier wir werden ja gleich hier in der nähe neben der stadt ein haus bauen und dann gleich durch starten hier und die ganzen zeiten hier einholen das heißt wir werden hier die schöne möglichkeiten haben hier ein schönes städtchen zu bauen und leute da ich jetzt diese stadt gefunden habe also dieses kleine dörfle hier ok sie labern schon wieder so viel aber da gibt es keine doch es gibt eine schmiede schauen wir mal was in den thron drin ist ok das nehmen wir natürlich alles mit nehmen wir natürlich alles mit essen ist immer wichtig aber trotzdem müssen wir jetzt einmal schauen wie wir hier weitermachen hier und wo wir unser haus hin bauen werden also ich werde es glaube ich eher so richtung wald und wasser machen wollen deswegen waren wir eigentlich auf der anderen seite näher am wald als hier in die richtung deswegen schauen wir gleich in die richtung ja leute das wird jetzt ein langes let's play hier ich will gern paar folgen hier schaffen deswegen wird das jetzt ein echt langes let's play hier und leute ich wollte euch noch fragen was sie davon halten würde wenn ich diese welt wenn wir sie aufgebaut haben sogar online stellen könnte auf meinen eigenen server schreibt es unten in die kommentare ihr könnt dann immer rauf scheinen die leute die natürlich minecraft auf dem pc spielen falls die leute das nicht wissen ich spiele auf dem pc und ja ihr könnt dann rauf scheuen und ihr könnt natürlich dann auch ja eure eigenen häuser dann rauf bauen also wie wäre das also ihr könnt es dann in die kommentare schreiben jedenfalls wir werden jetzt einmal so gesehen die vorarbeit des servers machen so dieser baum muss leider jetzt weg hier ich brauche unbedingt holz für werkzeuge drüben haben wir essen bekommen aber kein werkzeug so werkzeug da wir auch der 1.12 verspielen ist mir das ein bisschen neu hier also ich kann mich dann ich habe lang nicht mehr gezockt jetzt muss ich ehrlich sagen lang nicht mehr hier minecraft gezockt und ja da muss ich jetzt einmal durchschauen wie ich das jetzt genau mache eine spitzhacke werden wir uns holen eine spitzhacke und eine axt natürlich auch ok also bäume mäßig ist hier gar nichts los eigentlich wir müssen da dann wirklich schauen dass wir hier bäume ansetzen werden aber wir könnten ja theoretisch aus sand und sandstein natürlich auch ein haus bauen gleich hier also das ist ja nicht das problem und das schönste was es ist also das schönste was ist sollte ich das sagen ist ja dass wir drüben eine stadt haben die natürlich sehr hilfreich ist wenn wir da jetzt ja ich weiß jetzt nicht ganz genau wie ich sagen soll weizen ansetzen wollen und sowas das bringt sich was eigentlich so wir haben wieder ein bisschen holz gefahren das heißt trotzdem die holzplanken mal machen und wir müssen noch mal schauen also da hinten gibt es mal stein da wollen wir jetzt einmal hin wir brauchen ich brauche unbedingt stein hier da geht es nun da wäre schon noch mal eisen und eine höhle die müssen wir uns merken und ja noch vorab wegen dem kanal hier ja jetzt weiß ich gerade nicht wie ich das sagen soll ich werde die minecraft folgen natürlich auf so circa 25 minuten runter schneiden damit wir nicht so viel zeit vergolden aber trotzdem dass ihr viel spaß habt damit so wir müssen den stein weg tun steinzeit freigeschalten cool aber bringt uns nicht wirklich viel denn das sand kommt da gleich nach also dann müssen wir eine andere stein schlucht links und ja keine ahnung wie man das nennen soll also eine andere stein aber irgendwie finden so das essen müsste jetzt einmal in dem magen ein bisschen brot müssen wir jetzt reinhauen uns wir schnabulieren ein bisschen brot ohne äpfel sogar ich weiß nicht die äpfel behalte ich mir eher so eigentlich haben wir eine sehr gute basis hier gefunden wir brauchen unbedingt zwei schaufeln denn wir wollen ja sandstein haben für unsere erste base zwei schaufeln und die erste base werden wir aus sandstein machen ihr könnt natürlich auch verbesserungsvorschläge reinhauen und auch mods mäßig irgendwas sagen ich habe da keine probleme hier außer mit den hochladen von mods müsst ihr mir dann genau sagen welche ihr braucht es welche ihr haben wollt und ja so jetzt einmal für den anfang heißt es einmal sand buddeln ein bisschen für das haus das ist die blöde funktion hier ihr seht es wenn wir da bei der 1.12 er geht dann hüpft man da einfach irgendwie rauf das ist nicht so mein ding aber ja den es gefällt also ihr könnt es ja auch selber testen falls ihr diese version noch nicht gespielt habt ich glaube 1.12 1.15 ja ich glaube ich sollte jetzt endlich meinen mund halten weil ich mich gar nicht auskennen welche version ich da genau spielen ich spiele die 1.21 da oben steht es okay das so jetzt haben wir das thema auch schon wieder patrick du redest scheiße ja so ist das wenn man den ganzen tag nur let's play aufnimmt so entschuldigung es kitzelt bei der nase so sandstein wo man bekommt ja richtig viele sandsteine hier 16 stück für eine wand reicht es einmal wo bauen wir die hin überhaupt so wir haben hier einmal die setzlinge da hätten wir ein ei die schauen so komisch fett aus die hühner naja sonnenblumen sind hier ja dann bauen wir hier mal unsere base 1 2 3 4 5 tschuldigung 6 und dann eins nach oben eins nach oben wieder eins nach oben wieder eins nach oben so dann hier und hier das sollte man das erste fenster sein also ein schwert brauche ich unbedingt weil die nacht ist gleich da und die wollen wir natürlich vermeiden dass wir hier sterben oder ich werde einfach auch friedlich stellen für die lava eine energiequelle hätten wir auch noch ja ich wollte sagen wir können ja auch friedlich auch stellen da habe ich kein problem jetzt für den anfang ich glaube das werde ich gleich machen optionen schwierigkeit friedlich damit da alles glatt läuft hier mit dem aufbau des ersten hauses ich will da jetzt erst einmal erst in der höhle in der ersten höhle werde ich da die monster anschalten und dann wieder reichlich action passieren folge 1 kann man schon mal sich sehen lassen so also wir bauen jetzt unsere base aus sandstein werden natürlich auch warum drücke ich nicht steuerung ich verstehe es nicht so dann werden wir das müssen weg tun diese erde und diese erde und da kommt natürlich dann das andere zeug hinein eins zwei drei vier fünf sechs so dann wieder 1 2 3 4 ok weiter geht es nicht wir haben null ressourcen eigentlich tja bach 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 holztüren fahren wir gleich hier rein sieht ja relativ schick aus naja fürs anfangs haus aus sandstein schon alles bauen das ist ja echt behämmert von mir da hätte man ja andere sachen auch wählen können aber sandstein naja was muss man halt durch das heißt wir sind sowieso auf friedlich modus also da gibt es jetzt kein problem hier und ja ihr könnt es auch so sehen wir bauen hier einfach erste base und dann starten wir relativ zügig mit den ganzen monstern durch so was für spiele jetzt will ich euch gleich fragen denn ich habe jetzt zeit beim sand buddeln welche spiele würdet ihr gerne auf meinen kanal noch sehen sind das die fifa videos dann schreibt es einfach unten hashtag fifa hinein würde mich freuen damit ich weiß welche welche spiele überhaupt sehen wollt das pokémon let's play sammelkartenspiel könnt ihr natürlich auch reinschreiben als letztes also hashtag ja also es könnte noch eine möglichkeit geben dass dann cod ww2 vielleicht kommt noch auf diesen kanal falls ihr das sehen wollt schreibt es mir auch in die kommentare und need for speed bay bay back so heißt es würde dann auch noch kommen wenn wenn ihr es wollt und wir könnten sogar formel 1 2017 auch noch spielen also wir haben relativ die mittel hier dass wir das alles auf der xbox oder auf dem pc wie ihr es haben wollt entweder welche funktion ihr lieber seht könnt ihr mir natürlich alles in die kommentare schreiben so jetzt mache ich da voll den blödsinn ich habe keine ahnung warum klickt ja genau da ja ok so ja könnt ihr natürlich in die kommentare schreiben würde mich sehr freuen damit ihr da eure lieblingsspiele die ihr gerne sehen wollt auf meinem kanal ich kenne ja nicht alle spiele und vielleicht ist da ja ein spiel dabei was ihr jetzt in die kommentare schreibt was ich noch nicht so kenne würde mich echt sehr freuen weil spiele die ich nicht so gut kenne also überhaupt nicht kenne werden natürlich sehr interessant sein am meisten fürs let's play und jetzt will ich nicht um den heißen brei herumreden ganze zeit jedenfalls ihr wisst was ich meine jetzt genau spiele die ihr gerne sehen wollt einfach unten hier unter diesem video mal in die kommentare rein wir können ja natürlich wenn wir da mehrere spiele zur auswahl hätten können wir natürlich da eine abstimmung auch noch machen so ja das haus nimmt einmal gestalt an naja gestalt sieht komisch aus jetzt am anfang aber so das händchen will unbedingt bei uns wohnen ja du musst halt ein stock nach oben hallo ja genau so das holz ist jetzt auch alle ne wir werden das so machen ups hier so einfach größere fenster machen wir können ja die base natürlich immer weiter ausbauen jetzt am anfang reicht es sogar ein bisschen kleiner zu bauen denn wir haben ja noch gar nicht die ganzen ressourcen dafür wie zum beispiel holz und holz wo schon wieder eine lava quelle das heißt wir haben relativ viel energie was wir eigentlich für steine brutzeln nachher verbraten können das heißt wir hätten dann die möglichkeit sogar oder hinten auch wieder eine lava quelle also ja wir brauchen nicht einmal kohle wir kann können das natürlich weiterhin so machen dass wir hier einfach mit lava nachher die ganzen öfen beheizen und diese natürlich dann ups das war falsch die sind natürlich dann auch also eine ganze automatische ofenfarm vielleicht bauen und alles mögliche drum und dran ja ich habe halt was vor für unseren also es soll ja ein let's play sein beziehungsweise nachher ein online modus wo ihr natürlich auch rauf joinen könnt wo ihr nachher auf meinem server beziehungsweise dann unseren server besser gesagt also wenn wir gemeinsam dann spielen nachher ja also freude haben also es soll so wie ein server aufbau offline mäßig sein dieses let's play ja ich rede jetzt wirklich oft über diesen server ja es wird ein server kommen dass ihr das gleich wisst und jetzt bauen wir trotzdem jetzt einmal hier weiter denn das kann es nicht sein ich laber und laber und laber und komme nie weiter so jedenfalls hier bauen wir mal weiter und ich glaube ich muss euch noch was gestehen ich werde die erste folge ein bisschen länger ziehen denn ich nehme jetzt gerade auf am mittwoch im 23 8 hier bis 20 uhr nehme ich jetzt auf und dann wird die folge so bis ja so ich weiß nicht wie viele minuten die circa wird aber ja ich nehme sie trotzdem auf und hoffe sie gefällt euch also ihr könnt es ja auch rein schreiben wenn ihr minecraft überhaupt nicht mehr sehen könnt dann können wir das let's play natürlich auch abbrechen also ich habe da kein kein problem hier aber es würde mich auch freuen wenn ein paar minecraft fans unter euch sind und die das gerne sehen möchten und auch vielleicht später dann auf den online server natürlich mitspielen so ich wollte jetzt eigentlich irgendwas machen und jetzt habe ich da mal wieder die orientierung verloren was ich jetzt machen wollte da werden noch mal kühe falls wir was zum essen brauchen aber beim friedlich modus braucht man eigentlich gar nichts zum essen das werden wir alles nachher machen so höhlen werde ich jetzt nicht erforschen gehen das sage ich euch gleich im friedlich modus macht man sowas nicht das wäre das wäre ja baby like und baby like sind wir nicht wir sind hardcore like also in einer hinsicht also wir werden dann wenn wir in eine höhle gehen natürlich das alles auf normal stellen nicht auf hardcore und ja also eisen und das ganze werden wir dann alles im normal mode machen also finden suchen und verarbeiten aber jetzt für den anfang ist der friedlich mode natürlich der beste zum bauen wir brauchen unbedingt wenn wir da ein schönes haus haben möchten ein ich habe mir überlegt dass ich hier noch eine ganze baumfarm mache die baumfarm soll natürlich sehr groß werden damit wieder nicht dann dauernd so weit rennen müssen ihr seht es wie weit wir hier laufen müssen da sind sehr viele tiere eigentlich ich könnte das sogar einen bauernhof erbauen würde mich sogar interessieren ob das nachher gut aussieht das war nicht das was ich wollte den setling setzling setzen wir mal hierhin das soll weiter wachsen wir brauchen unbedingt bäume in der nähe ich brauche die baumstämme jetzt schon wieder ein fail ja baumstamm baumstamm so das soll es so optisch ein bisschen anders werden hier ja es sieht sieht relativ gut aus ein ofen würden wir auch noch brauchen hätten wir aber drüben bei der kleinen stadt hier also da könnten wir theoretisch rüber gehen und unsere sachen brennen falls wir es brauchen stein wir brauchen unbedingt stein aber wir dürfen keine höhle hier also benutzen dafür das heißt wir müssen da außerhalb die steine abbauen ist relativ mühsam wenn man da jedes mal darauf rennen muss aber das kriegen wir hin das kriegen wir hin die steine müssen hier abbauen halt aber kriegen wir hin der sand ist ein bisschen im weg aber relativ okay für das dass wir eigentlich ein bisschen stein hier bekommen was wir brauchen ist das eigentlich relativ okay also ja mehr als so viel stein brauchen wir glaube ich eh nicht jetzt für den anfang für den ofen werden wir glaube ich jetzt schon auskommen trotzdem werde ich jetzt noch ein bisschen stein sammeln für die neuen werkzeuge was wir haben wollen und jo stein 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 ja über was reden wir eigentlich ihr könnt mir ja auch in die kommentare gleich unten reinschreiben die ganzen themen was wir besprechen können hier also ihr könnt euch ja ein lieblings thema aussuchen ich werde mich darüber ja bezug nehmen und wir können dann darüber auch labern währenddessen die hier zum beispiel steine kloppen oder sand buddeln oder erde buddeln oder ich weiß nicht was jedenfalls kleeblätter das lasse ich mich schon von kleeblättern ab ablenken was soll denn das neu naja jedenfalls das wollte ich sagen könnt ihr mir natürlich auch reinschreiben über welche themen wir so labern können wir können auch aktuelle themen nehmen wie weiß nicht was fußball falls ihr da irgendwie interesse habt oder über wirtschaft oder keine ahnung ich kenne mich zwar nicht so gut aus mit dem themen jetzt was ich jetzt aufgezählt habe außer fußballer bisschen ja aber was voll so ja jedenfalls das wäre einfach das ziel hier ein bisschen talk reinzubringen in dieses let's play nicht dass das so einfältig ist wie ja ich gehe jetzt steine kloppen ja und ja holz holz brauche ich auch oh ja ja und das brauchen nein so sollte es nicht sein das will ich nicht es soll ja ein bisschen auch die anregung sein dass wir hier zusammen nachher wenn der server natürlich nach der zweihundertsten dreihundertsten vierhundertsten fünfhundertsten ich weiß nicht wie viel folgen da jetzt drauf kommen auf meinen kanal hier von minecraft könnten wir relativ viel reden also leute haut rein eure interessen was ihr so macht und was haltest du davon zum beispiel von was haltest du von ich weiß nicht den unterschied zwischen ps4 und xbox zum beispiel oder was ist die liebe oder ich weiß nicht stellt mir einfach eure fragen eure themen die ihr gerne bereden wollt ich bin offen für alles also naja offen für alles hh wortwitz ihr wisst was ich meine jetzt wir können über alles hier eigentlich reden weil es mein thema unangenehm ist kann ich solcher in die kreise mit den kommentaren hier einblenden und sagen ja wir dieses thema möchte ich jetzt nicht reden können wir ein anderes mal zum beispiel aufgreifen und ja also da habe ich kein problem damit ja also nicht böse seien leute weiß ich ein thema von euch nicht jetzt anschneiden möchte oder irgendwie sagen wir ich angegriffen fühle zum beispiel das thema zum beispiel kann ja sein und ich einfach da jetzt nicht einen bezug aufnehmen drauf nehmen werde ist natürlich blöd für denjenigen der das thema gerne anschneiden möchte aber ich kann halt auch nur sagen manche themen sind ein bisschen ja ich weiß nicht wie man sagen soll also jedenfalls trotzdem reinschreiben jedes kommentar wird natürlich gelesen nach ich weiß nicht wenn ich jetzt da was nicht eine million abonnenten habe und da jetzt zum beispiel 120.000 kommentare in der stunde da sind zum beispiel ja ich glaube da werde ich stundenlang neben sitzen um da die passenden themen raus zu finden jedenfalls wenn ihr euer thema dann findet zum beispiel hier unter ein kommentar einfach ein like da lassen die die meistgelikten kommentare werden ja nach oben gepusht also so gesehen nach oben und da könnte man zum beispiel dann ein thema raussuchen wenn ihr da bock drauf habt ja jetzt will ich jetzt nicht immer ganze zeit über die themen reden wir haben den ofen jetzt auch gebaut brauchen aber dennoch sehr viel holz also da will ich eine steinaxt einmal bauen damit wieder das holz ein bisschen besser ab tragen können und ja so jetzt haben wir die steinaxt auch hat eine angriffsstärke von 9 und 5 ok also theoretisch wäre sogar die achs stärker aber langsamer aber wir brauchen unbedingt bäume leute was ist mit den bäumen ja die bäume die wollen einfach nicht wachsen hier trotzdem brauchen wir holz bis wir das holz haben können wir natürlich die steinwände natürlich auch weiter ausbauen erde haben wir jetzt nicht gepflügt wie man aus wie man sieht ich brauche unbedingt ein bisschen erde eine schaufel wäre auch nicht schlecht für das wir werden jetzt aber nicht mehr alles aus holz bauen sondern alles aus stein und ein bisschen erde hier weg pflügen ja drei stück reichen eigentlich für den anfang wir wollen ja nur da ein bisschen hinauf um ein september wo ist er und ein apfel september und ein apfel ja und ich habe nun von der 1.12 noch nicht alle features noch durchgesehen also da bin ich auch noch neuling also falls ihr auch ein bisschen so erfahren seit in diesen ja in dieser version könnte es natürlich auch unten rein brettern und mir natürlich weiter bringen dass ich da zum beispiel das oder das machen kann und dies oder das also ja ihr wisst hoffentlich was ich jetzt meine damit ja zum beispiel ein thema auffassen wie heilst du so was haltest du zum beispiel von creepern in minecraft ja ich werde es euch natürlich auch während dem ganzen folgen auch erzählen wenn wir dann den frieden also frieden modus ein bis fuhr nachher ausgeschalten haben wer hätte ihr das schon mitbekommen was ich von creepern halte also falls die mich attackieren dann wird das lustig für euch und für mich aber nicht so aber ihr werdet dann mitbekommen was ich damit meine zum beispiel über themen aufgreifen oder zum beispiel hätte man ein thema zum beispiel bei handys zu labern zum beispiel was hältst du von den alten handys in den 90ern und ich glaube ich es gab ja 90er und in der heutigen zeit was war das beste dran oder wie war das oder wie findest du das könnt ihr alles reinhauen ich bin für alles offen hier für diesen ganzen talk hier es soll ja auch ein talk let's play werden und nicht nur so rein ja blog hier so jetzt haben wir diesen blog rauf gehauen jetzt nehmen wir den blog wieder runter und wir setzen uns anstellen da und da nein so sollte es nicht sein das möchte ich nicht ich möchte einfach mit euch ein bisschen über themen labern egal welcher art oder ihr könnt mir auch zum beispiel sagen fragen stellen über mich oder irgendwas anderes ich könnte alles reinhauen oder hat sogar sagen ja dieses let's play einmal raus oder dieses let's play kann ich alles mitmachen also ich habe da kein problem mit also da gäbe es auch keine probleme dafür also leute einfach reinhauen was ihr gerne haben wollt ich schaue dass ich alles wie möglich schaffen werde so half steps werden wir jetzt einmal hier ansetzen und hier müssten wir jetzt einmal erde nachziehen das heißt ich werde hier einmal die erde weg buddeln zum beispiel jetzt wäre ein super thema angemessen zum beispiel ich werde jetzt ein thema aufgreifen ein kurzes thema weil es schon zeit wird diese folge zu beenden deswegen werde ich nur ein kurzes thema anreißen ihr könnt es mir dann in die kommentare eure antworten reinschreiben was haltet ihr von einem let's play mit talk also ihr könnt es mir wirklich in die kommentare schreiben also ich finde es aus meiner sicht her richtig amüsant weil man redet eigentlich über themen die sonst eigentlich bei einem youtube kanal nie so vorkommen auch wenn man gaming macht ich weiß es ist ein gaming kanal hier trotzdem soll ja auch talk dabei sein also bisschen labern und einfach ja die zeit genießen auf meinem kanal ihr solltet ja die zeit genießen auf meinem kanal let's plays auch gerne anschauen also ich zwinge auch keinen dazu dass da jemand meine let's plays hier anschaut es ist alles freiwillig also nur keine hektik auch leute wenn ihr eine folge zum beispiel verpasst habt ich bin euch nicht nachtragend oder irgend sowas es ist eigentlich nur die lust die mich da gepackt hat dass ich hier einen kanal auf mache also ich rede jetzt um einen heißen brei herum also ihr wisst was ich mein es ist nichts tragisches dabei wenn ihr da irgendwie zum beispiel die folge verpasst habt oder die folge ich bin euch echt nicht nachtragend warum auch was was bringt mir das wenn ich jetzt sagt ja jetzt hast du diese folge nicht angesehen was soll das schau die andere folge an und das und dies und dies und dies und das ich es bringt mir auch nichts ich habe nichts davon es bringt mir nichts und ja was soll das also ernsthaft was soll das da das bringt mir gar nichts bringt mir meistens wahrscheinlich nur hass hass kommentare hass postings und ja ich weiß nicht was und das will ich nicht also leute einfach eure kommentare reinhauen über die themen die wir sprechen können und mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen und wenn euch die folgen zum beispiel nicht gefallen sollten daumen nach unten habe ich auch kein problem damit aber bitte wenn ihr einen daumen nach unten gibt schreibt mir wenigsten in die kommentare seit wenigsten so fair dass ihr mir in die kommentare schreibt was ich falsch gemacht habe denn ich muss das ja auch wissen damit ich was verbessern kann oder zum beispiel auch irgendwas falsches gesagt habe es schreibt es einfach rein ich bin euch nicht böse und ja man kann es ja man kann ja alles ändern also man muss ja nicht so hass mäßig unterwegs sein also es gibt eh schon so viel hass eigentlich deswegen haut einfach eure kommentare rein wenn ich was falsch gesagt habe einfach dazu schreiben ja jetzt haben wir einen fortschritt auch noch erzielt hier na jetzt wollte ich trotzdem nicht jetzt ablenken hier einfach in die kommentare rein schreiben und es passt also ich hab da kein problem mit also ihr könnt da wirklich die kommentare reinhauen die ihr gerne hier drin haben wollt und wir werden das natürlich alles bearbeiten also da habe ich kein problem natürlich wenn wie gesagt vorher wie das beispiel jetzt zum beispiel angefasst habe wie ich hätte eine million abonnenten und ich würde in der stunde ihr wisst was ich meine dass die leute die jetzt wirklich die folge jetzt von anfang an weg schauen ja da hätte ich zum beispiel ein riesen problem da kann ich wirklich nichts draus machen aber der anfang ist schwer also ja also ich bin euch nicht böse falls ihr ein schlechtes kommentar da lasst auch nicht böse wirklich also ja und falls ihr selber youtuber seid und ihr gern auch mir reinschreiben wollt ja du schauen mal bei meinem kanal vorbei macht das nicht öffentlich schreibt es mir einfach per instagram als persönlicher nachricht oder wer ja per nachricht auf youtube ich schaue gern vorbei ich habe da kein problem damit ich schaue gern vorbei das sogar ein abo da wenn ihr wollt also ich bin ja auch nicht aber geil hier bin ich ehrlich also mir interessiert das überhaupt nicht ich will einfach nur meine freude hier haben auf youtube das heißt einfach gemütlich dadurch spielen ein bisschen da ein bisschen was anzocken ein bisschen die zeit genießen mit euch und einfach reinhauen also ich möchte einfach nur mit euch freude und spaß haben am zocken beziehungsweise am tocken also tocken besser gesagt tocken du hast tocken falsch gesagt tocken tocken ne ihr wisst was ich meine also ein bisschen labern und und so weiter also falls die leute jetzt zum beispiel nicht wissen was labern ist labern ist reden weil ich bin ja österreicher und bei uns redet man ein bisschen anders als in deutschland oder in der schweiz merkt man glaube ich auch ein bisschen aber ja ich habe selber deutsche wurzeln also da geht es relativ gut mit dem hochdeutsch reden auch noch zum beispiel das wäre auch ein thema aus welchem land kommt ihr so wie gefällt es euch hier wo ihr jetzt wohnt und ich weiß nicht so was zum beispiel wäre natürlich auch nice ein bisschen zu labern währenddessen wir hier zum beispiel erde schaufeln naja ich laber jetzt schon wieder um den heißen brei herum wir haben jetzt einmal hier also wir sie ist ich sage sogar wir weil ich nicht alleine let's play hier sondern mit euch mit euch spiele hier auch wenn ihr jetzt nur zuschauer seid ihr seid meine ja meine mein ansporn eigentlich dass ich hier jetzt zum beispiel jetzt play auch mach und haut einfach das beste rein was ihr könnt einfach kommentare da lassen dort da lassen dort und dies und da und jenes aus meiner sicht wäre das natürlich mit der folge so weit wie möglich eigentlich vorbei aber wir haben ja noch zwei minuten die ich noch aufnehmen kann deswegen überlege ich mir grad was ich in den zwei minuten jetzt warten soll was macht man in zwei minuten in minecraft zwei minuten in minecraft wir sind das inventar studieren das ist so richtig spannend wieder aber ihr merkt ich werde da auch nicht so großartig alles so genau nehmen da könnte man zum beispiel dann weiter bauen und dort weiter bauen und dies weiter wir brauchen holz ja das wäre jetzt zum beispiel noch in zwei minuten zu schaffen ok eine minute nur noch naja jedenfalls ihr wisst was ich meine was ich gerne von euch haben möchte ich weiß es ist nicht viel aber es soll ein kleiner ansporn sein damit wir hier gemeinsam wirklich gemeinsam hier ein let's play haben und leute wirklich ich freue mich so sehr drauf wenn ihr das wirklich macht ein bisschen mit mir hier spielen wollt und ja und wenn nachher der server wirklich dann online ist und die map dann die wir jetzt hier einfach im let's play nachher aufbauen nachher online ist könnt ihr natürlich alle rauf scheinen einfach ja ich werde das natürlich so machen dass die gebäude die ich schon gebaut habe nicht zerstört werden können aber trotzdem betretbar sind und ja leute haut mir einen daumen nach oben da wenn ihr ja jetzt hat man pc grad meine ja ab moderation verhindert ja mein pc will auch noch nicht aufhören aber ich muss trotzdem ja jedenfalls haut mir einen daumen nach oben da wenn es jetzt rede ich wieder so ein müll lasst mir einen daumen nach oben da wenn das video euch wirklich gefallen hat wenn es euch nicht gefallen hat daumen nach unten und ihr schreibt es mir bitte in die kommentare warum es euch nicht gefallen hat ich bin euch nicht böse ich kann es ja natürlich ändern ja minecraft fans freue mich schon wenn ihr dann dabei seid wenn der server nach online kommt natürlich nach langer zeit also jetzt ist einmal die let's play zeit hier und nach der let's play zeit kommt nach der online server online ja jedenfalls bis dorthin wünsche ich euch jetzt einmal einen schönen tag abend oder auch morgen ich weiß nicht wann ihr dieses let's play jetzt anschauen werdet und ja haut rein freue mich auf euch und lasst mir eure themen da eure kommentare und eure gefällt mir beziehungsweise auch ich habe keine ahnung ihr könnt mir auch nachrichten der instagram auch schicken lasst mir einfach ein bisschen bisschen von euch da also ein bisschen ja was siegen ja ihr wisst was ich meine jetzt naja haut rein ich sage jetzt ciao und viel spaß mit der folge ja 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 ja